Du bist der Schlager des Sommers, du bist für mich der Sommerheld. In den vergangenen fünf Jahren hat ja immer der Schlossplatzgebet bei der Fernseh-Live-Sendung beziehungsweise Aufzeichnung Schlager des Sommers. Und dass man sich überlegt hat, das alles ein bisschen auszuweiten und ein bisschen eine größere Schlagerparty noch zu fallen, finde ich schön. Also Samstag und Sonntag ist hier die Hölle los. Bis zum Mega-Hamba-Geil!